Mit einem Sorglosauto von Hyundai erwirbt man mehr als ein Auto. Man erwirbt Rechte. Das Recht auf eine Klimaanlage. Das Recht, schnell und wendig zu sein. Das Recht auf ein Sorglos-Sicherheitspaket. Und vor allem das Recht auf ein richtig gutes Schnäppchen. Der neue Hyundai Trajet. Hyundai, offizieller Sponsor der Automobilindustrie für die Euro 2000. Untertitelung des ZDF für funk, 2017